Rund 16.000 Mitglieder der Raiffeisenbank Region Amstetten sind aufgrund ihrer Genossenschaftsanteile nicht nur Kunden, sondern auch Miteigentümer und Partner der Bank. Die tiefe Verbundenheit von Raiffeisen mit den Menschen gipfelt in der jährlichen Mitgliederversammlung. Mit dieser Mitgliedschaft hat die Raiffeisenbank großen Anteil an der Entwicklung der Region Mostviertel in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Willkommen in Ihrer Bank der Zukunft. Hinter diesem Slogan steckt die Digitalisierung. Uns ist es ganz wichtig, dass wir für beide Kundenschichten, die wir vertreten, für Jung und Alt, was haben. Die Beratung vor Ort ist ganz, ganz wichtig. Das ist für alle Kunden ganz wesentlich, aber auch junge Kunden, die eine moderne Bank haben wollen, über Tablets, über Internet ihre Geschäfte abwickeln wollen. Also wirklich so, wie die Zukunft sein soll. Regional, digital, überall prägt das nachhaltige Denken von Raiffeisen. Dazu zählen die neuen Online-Produkte und der innovative Zahlungsverkehr inklusive kontaktloser Bezahlung mittels Bankomatkarte oder Smartphone sowie mobiles Banking über die Raiffeisen-Elba-App genauso wie das neue Studentenkonto. Alle neuen Jugend- und Studentenkonto der Raiffeisenbanken in Österreich bieten das seit heuer an. Es ist gratis ein Basis-Unfallversicherungsschutz bei jedem Konto dabei. Das heißt, gerade die Studenten, die in der Freizeit viel unterwegs sind, haben da halt nur mal eine zusätzliche Sicherheitsfunktion dabei. Es ist bis zum 24. Lebensjahr und man kann bereits ab dem 8. Lebensjahr ein Jugendkonto eröffnen. Also man lernt da sehr verantwortungsbewusst den Umgang mit Geld. Sicher, schnell, zuverlässig, kostengünstig und zukunftsweisend ist auch der neue Cash-In-Bankomat. Er vereint mehrere Funktionen wie Geldausgabe, die Einzahlung von Banknoten auf das Raiffeisen-Girokonto, das Aufladen der Handywertkarte sowie die Kontostanzabfrage und das alles unabhängig von den Schalteröffnungszeiten. Genauso zukunftsweisend sind auch die neuesten Ideen rund um das Thema Bauen und Energie. Da rede ich zum Beispiel von der Wohnbauförderung, sprich jetzt auch speziell junge Menschen, wenn sie jetzt gerne ein Haus bauen, die wissen vielleicht auch meistens nicht Bescheid, dass es da jetzt auch zum Beispiel vom Land eine Förderung gibt. Und da spart man sich halt einiges und deswegen unbedingt auch beraten lassen in dieser Hinsicht. Auch im Bereich Energiesparen ist man einen Schritt voraus für eine lebenswerte Zukunft. Der Raiffeisen-Energiespartag hat ja schon eine sehr lange Tradition. Unser Ziel ist damit, einen Beitrag zu leisten, um Wohnträume zu erfüllen. Und selbstverständlich ist die Kernkompetenz in unserem Bereich, eine sinnvolle, gute, günstige und nachhaltige Finanzierungslösung für unsere Kunden und mit unseren Kunden zu entwickeln. Wir selbst machen auch aktiv was. Wir haben zum Beispiel da in Ips in der Bankstelle eine riesengroße Photovoltaikanlage am Dach. Wir haben in Amstetten Stromdangstellen installiert. Das heißt, wir sind selbst auch sehr aktiv in diesem Bereich tätig. Als modernes Kreditinstitut schafft es Raiffeisen auch die Faszination Elektromobilität in die Praxis umzusetzen. Die Anschaffung eines Teslas im Rahmen eines gemeinschaftlichen Projekts macht E-Mobilität so richtig erlebbar. Die Raiffeisenbank-Region am Stetten ist als aktiver Nahversorger tief im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Region verwurzelt. So steht sie als verlässlicher Finanzpartner für die regionalen Unternehmen und trägt Mitverantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg. Wenn ich in die Arbeit fahre, ich sehe das alle Tage, habe ich immer wieder Freude daran, weil es ist wirklich gelungen. Die Investitionsschritte immer sehr besonnen und in Abstimmung mit der Bank gesetzt, muss ich sagen, toll. Die Grundwerte genossenschaftlichen Wirtschaftens sind nicht bloß Theorie. Vielmehr werden sie tagtäglich in der Praxis gelebt. Da geht es um die Leute in der Region und um die Freude, sich zu treffen, dabei zu sein, sich zu bewegen, zu netzwerken, ob beim Business Run oder auch beim traditionellen Oktoberfest. Wir haben 1600 Kunden bei uns in der Betreuung, in der Firmenkundenabteilung und wir freuen uns einfach mit den vielen Beratern, die unterwegs sind und die heute auch jeder irgendwo auf einem Tisch dabei sitzt und sich unterhalten mit seinen Kunden, dass die persönlichen Kontakt haben und so funktioniert die Betreuung. Das sind ganz, ganz wichtige Partner von Raiffeisen und wir haben jetzt gesehen in den letzten sieben Jahren, dass dieses Fest und die Publikumszahl immer gestiegen sind und auf das sind wir wirklich sehr stolz. Das weiß auch Ex-Skirennläufer Hermann Mayer, Aushängeschild und Werbeträger der Raiffeisenbanken nur zu gut. Aushängeschild für die Raiffeisenbank Region am Stetten ist auch die Kultur. Über 50.000 Euro werden jährlich in das regionale Kulturleben investiert, ob als Partner der regionalen Kulturträger oder der hiesigen Kunst- und Kulturprojekte, aufstrebender Künstlerinnen und Künstler sowie des Musical-Sommers am Stetten. Die Raiffeisenbank Region am Stetten erfüllt damit ihren Förderauftrag und schafft gleichzeitig einen kostengünstigen Zugang zur Kultur für ihre Mitglieder. Die Raiffeisenbanken bilden eine Wertegemeinschaft von Menschen, die sich der Verantwortung für ihre Region und ihre Leute bewusst sind. Sie zeichnet sich durch viele soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in der Region aus. Diese gehen oft weit über das Bankwesen hinaus. Der Weltspargedanke soll nicht nur bei den Kindern ankommen, sondern auch bei den Erwachsenen und darum haben wir wieder nachgedacht, wie können wir vermitteln, wo unsere Werte wichtig sind, wie können wir das vermitteln über das Geschenk. Wir haben uns eben heuer für Kartoffel- und Tomatensalz in Kooperation mit der Caritas entschieden, was regional hilft, was den Leuten dort hilft. Wir haben gehört, 850 Leute sind in der Caritas irgendwo auch beschäftigt. Und für die Menschen ist es einfach wichtig, einen Wert zu haben und auch eine Aufgabe zu haben. Und ich glaube, mit dem können wir da einen kleinen Teil auch unterstützen. Den Spargedanken zu pflegen, heißt auch die beste Lösung anzubieten, um sich früher oder später den einen oder anderen auch größeren Wunsch erfüllen zu können und auch durch Ersparnisse für etwaige Notfälle vorzusorgen. Die Raiffeisenbank-Region am Stetten ist eine Bank, die die Zukunft immer im Blickfeld hält. Deswegen sind ihr die jugendlichen Kunden als die Bankkunden von morgen besonders wichtig. Da lautet die Devise Join the Raiffeisen Club. Da steht ein Kinobesuch genauso auf dem Programm wie die Junior-Senior-Produktion in Haag und das Water Splash in Lackenhof. Die Raiffeisenbanken zeichnen sich aber auch durch sportliche Aktivitäten in der Region aus. Von diesem finanziellen Engagement profitieren die vielen örtlichen Vereine und aktiven Athletinnen und Athleten aus dem Mostviertel. Die Raiffeisenbank-Region am Stetten hat sich den geänderten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen angepasst, ohne aber ihre bewährten Grundsätze aufzugeben. Seit 1934 ist sie eine selbstständige regionale Genossenschaftsbank und mit ihr ein bewährtes Wirtschaftsmodell auf Basis von Selbstverwaltung, Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit.